Guten Tag. Ich bin da, Tayelia, und ähm, jetzt noch zusätzlich, was macht die Kuh in meinem Haus, Dingens, da bumm. Ah! Bisschen bekloppt! Ah! Doch nicht gleich am Anfang! Ah, Hilfe, ich werd' beschossen! Ah! Ja, war auch doof, dass es Nacht war, als ich auf die Welt kam. Au, du Arschloch! Au, 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 verdammte Scheiße, Drecksack! Und das war nicht gleich am Anfang! Au, verfluchte Scheiße! Wo bist du? Ah! Hilfe! Ich bin, äh, bei der Kirche im Dorf. Warum hab ich so viele Eier oder Schnee oder was hab ich denn? Ach nee, das ist Lehm. Ach, verdammte Kacke! Au! Au! Ah, fickt euch! Oh Gott! Oh, nicht gleich am Anfang! Das könnt ihr doch nicht machen! Ah, ich seh' dich! Oh, oh, oh! Hallo! Hi! Herr Nachbar! Wie geht's so? Was für ein Auftakt! Spektakulär! Wir wollen ein paar Zombies rein! Ja, ich seh' das! Alter! Hier sind auch die Dorfbewohner! Ey, die müssen die Texture-Pack, äh, die, äh, die Sound-Äh, Dateien auch geändert haben in diesem Texture-Pack! Die machen Geräusche, das ist ja unfassbar! Ich bleib' jetzt hier in meiner Hütte stehen! Ist das doch Scheiße, oder was? Bei mir geht das noch mit, äh, mit dem Sound-Äh-Äh-Äh-Äh-Äh-Äh-Äh-Äh! Aber ich kann da jetzt nicht rüber! Bauen Tunnels! Ja, das ist ne Idee! Aber ich hab keine Spitzhacke, doch, ne Spitzhacke hab ich! Wir versuchen das mal! Warte, aber ich hab keine Schauf- Ah, doch, ne Schaufel-Abi auch! Ach, Mann! Oder du wartest kurz, die Sonne geht gleich auf! Ja, hast recht! Aber ich kann ja trotzdem hier schon mal so'n, äh, Notfall-Tunnel bauen! Ja! Das größte Problem werden die Creeper sein! Warum sagst du mir denn nicht, dass du die Viecher angemacht hast? Ich hab' ich sag' beim nächsten Mal sind sie an! Alter, ist das hier ein Geräusch! Hey! Hey! Alter! Die sind ja nicht, äh... Topbewohner-KI! Jetzt sind sie alle tot! Siehst du meinen Namen? Ich seh' deinen Namen, aber... Wo bin ich jetzt gerade? Oh, fuck it! Ah! Hilfe! Ist da was oben weg? Ist alles weg? Ja? Ist weg? Oder... Ist, äh... Alles safe! Okay, warte, ich mach' hier trotzdem wieder zu! Ich muss, glaub' ich, noch ein, zwei Blöcke in die Richtung, ne? Äh, ja, noch ein bisschen! Wah, super! Alter, ich seh' gar nix in diesem Saftladen! Hier, guck' nach oben! Hier, bist du richtig! Warte, Moment! Wo, hier? Ah! Ja! Okay! Da sollten wir jetzt Leitern bauen, äh, weil so komm' ich jetzt nicht vor... Fast richtig, du musst noch ein bisschen zurück! Stimmt! Am besten ist es direkt da, wo ich bin! Ja, genau, da! Da! Ja! Ja! Ah! Hier saßte? Ja! Perfekt! Okay! Dann brauchen wir Leitern! Äh, ja, Sekunde! Und dann haben wir hier einen, äh, und dann müssen wir noch irgendwann bei Gelegenheit, äh, bei Gelegenheit, äh, Falltüren bauen, damit wir dann hier unseren Tunnel haben! Das ist doch ne gute Idee! Dann können wir von Haus zu Haus kommen und ohne, dass wir, und so, weißt du, verstehst du? Ja, wunderbar! Ja! Ja! Ja, so ungefähr, ne? Warte mal, ich muss mal die Fackel da hin! Das reicht, eine reicht ja hier unten, ne? Lalalala! Jetzt wandern ja ich unten in meinem Graben! Ich glaube, soweit kann ich gar nicht mehr nach oben buddeln, ne? Ich glaube, ich hab jetzt noch einen, aber ne zweier Höhe reicht ja hier, ansonsten gehen wir noch einen in die Tiefe oder so. Aber such! Au! Also! Ha, wunderbar! Passt genau! Ja! Mehr Holz hatte ich auch nicht! Ja, die anderen Leitern baue ich jetzt! Äh, das ist besonders bescheuert! Muss erstmal für Essen sorgen und dann Holz sammeln, damit ich endlich mein Haus bauen kann! Ja! So, warte mal, in den Ofen packe ich jetzt erstmal, warte mal, ich hab drei Kartoffeln! Die packe ich da jetzt erstmal rein! Und ein bisschen Kohle hab ich! Wo hab ich denn die viele Kohle hier, sag mal! Muss wahrscheinlich durch, äh, Höhen-Expeditionen und... Ach, wir sind ja, letztes Mal sind wir ja expeditiert, ja! Äh... Hey! Oh! Verdammt! Ja! Was hat er denn hier Schönes? Oh, Lehm! Lehm und Eier! Eier sind lebensnotwendig! Wissen war ja bei Klein! Komm, du olle Kartoffel, jetzt mach mal Hinne da! Wunderbar! Oh, das Hühnchen! Ich hab noch ein Holzschwert, ey! Ich hab noch gar kein Schwert, wo ich jetzt gerade sehe! Ich hab ein bisschen Eisen! Hast du auch Eisen? Eisen-Erz jedenfalls hab ich! Eisen-Erz, 33, hab ich in der Kiste! Oh, toll! Apropos Eisen, ich brauch nen Eimer! Ich hab mir so gedacht, ich baue dann mal irgendwann ne Eisenbahn von meiner Hütte hierher! Ähm... Wörschi, wenn du mir jetzt in den Fuß beißt, ne? Ist ja was los! Kann man Äpfel eigentlich auch braten? Wär ja schön, ne? Ne, kann man nicht... Ne, man kann nur mit, äh, Gold die umranden, dann werden sie zu goldenen Äpfeln! Ja, das weiß ich! Und die sind ganz gut! Achso, da ist ja noch drinnen! Aua, Yoshi, lass das! Mein Kater greift mich an! Das ist nicht sehr schön! Wir brauchen mehr als eine Kiste! So, jetzt, äh, jetzt mach ich, äh, jetzt mach ich Leitern! Wenn ich hier ne Bastel-Dingsbums hätte, aber die ist ja drüben! Die ist oben! Ach, die ist oben! Äh, drüben ist ja hier auch eine! Ich würde gerne noch eine unten hinstellen, aber ich hab kein Holz mehr dafür! Jetzt muss ich ja mal gucken, wie die Leitern gingen! So, ah, wunderbar! Dreie... Dreie reichen, glaub ich! Ich weiß gar nicht! Ich glaube schon! Alter, wenn ich jetzt gestorben wäre, dann wäre mein ganzes schönes Lehm-Zeugs weg gewesen! Ist ja auch blöde! Naja, das hätte ich dann schon wieder eingesammelt! So! So, das ist perfekt! Jetzt haben wir hier einen kleinen Geheimgang! Voll der Geheimgang! Halt! Warum komm ich jetzt hin? Ach so, doch! So, ich geh mal wieder rüber! Zu meinem Dingensler! Ja! Ich muss erstmal gucken, in welche Richtung ich... Vergiss immer, in welche Richtung ich muss! Hier irgendwie langt, ne? Ich baue am besten aber schon mal im Bett! Damit wir auch pendeln, pendeln können, weil wenn es dunkel wird! Ich muss erstmal meine Hütte wiederführen, verdammt! Na, das dürfte hier jetzt nicht so schwer sein! Ich hab vergessen, in welche Richtung! Ah, ha, ha, ha! Scheiße! Hier an der Küste war es nicht! Oh, verdammte Scheiße! Wo ist die denn hin? Das war von der... Ich weiß, wo es ist! Das ist... Wie beschreibe ich das? Hinter dem Dorf! Ja, hinter das weiß ich auch! Aber ich weiß jetzt nicht mehr, in welche Richtung, verdammte Scheiße! Also ich konnte jedenfalls von... Ja, hinter dem Dorf! Also... Von der Rückseite der Gebäude hinten da... lang! Wir sind nämlich die Schlacht! Ja... Trotzdem finde ich das gerade nicht... Durch den Wald da irgendwie war das doch! Ja!